Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass eine Patientin nach der Anwendung eines gefälschten Diabetesmittels, OZMPIC, in einem Spital behandelt werden musste. Über ihre Anwälte stellte sie nun klar, dass sie das Medikament nicht online bestellt, sondern von ihrem behandelnden Arzt bekommen hatte. Sie will, dass andere gewarnt werden, sagte die Innsbrucker Juristin Lisa Holzmann. Der Frau geht es mittlerweile wieder gut, allerdings werde erst abgeklärt, ob ein Dauerschaden entstanden ist. Die Patientin hatte das Mittel erstmals im Jänner von ihrem Arzt, einem Salzburger Schönheitschirurgen, zur Gewichtsabnahme erhalten, da sie an leichtem Übergewicht leidet. Dieser habe es ihr zu einem damals bereits sehr hohen Preis verkauft, wie die Anwältin der Frau sagt. Und das, obwohl bei der Patientin weder Diabetes noch Adipositas als Diagnose vorliegt. Auch sonst liegt sie an keiner Begleiterkrankung, bedingt durch ihr leichtes Übergewicht. Bereits dieser Off-Label-Use war medizinisch überhaupt nicht indiziert. Bei meiner Mandantin heisst es weiter in einem Schreiben der Rechtsanwältin der Frau. Laut der Rechtsanwaltskanzlei hatte die Frau zum Zeitpunkt der Einnahme einen Body Mass Index von 26. Man könne von Glück sprechen, dass sie das überlebt hat, sagte die Juristin. Der Preis für das Mittel habe sich zuletzt auch verdoppelt, berichtet sie. Fast 500 Euro hätte die Frau pro Packung dafür bezahlt.